ja und da geht es dann weiter mit Prozent wird schon um das ist definitiv nicht Kranius das sind auch so interessant genauer vom gespielt sehr schön hätten sowieso genommen und erbungen Bonny da wieder überall ist das nicht wundervoll das ist gar nicht eigentlich ist es gar kein schweres überhaupt kein schweres System muss man an der Stelle mal sagen sind ja eigentlich nur drei Charaktere die man hat auf die man hin und wieder wechseln muss aber deshalb trotz Gott ja das habe ich übersehen das war falsch so das war richtig und das ist noch viel richtiger miau ne den wollte ich zumindest mal eine kurze Zeit und da brauchen wir ihn jetzt springen nämlich hier das interessant ist ja Sonic kann folgendes so und dann kann er das und das und das und das und das alles kann Sonic genug geteilt und voll hoch war ganz großes Kino hier so nach oben würden wir doch noch besser ich will da hoch ich möchte das jetzt das sieht sonst blöd aus so ich hab dann hier ach komm so möchte ich das doch haben genau und jetzt können wir hier einfach weiterfliegen die Dinger treiben uns nämlich voll in die Höhe ups macht nix kriegen wir hin so da la und dann geht's halt damit Sonic Speed und dann kommen hier Knuckles wups und alles kaputt Ski juhu einfach alles kaputt machen Knuckles so ist es richtig eins und zwei und drei und weiter ja 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 und System allerdings wie immer ekligste Stelle im ganzen Spiel nein die ist gar nicht so schlimm muss nur schon dass man hier diese Gegner besiegt weil das ist aber eigentlich einfach und ab dann kann man eigentlich muss man gar nichts mehr machen ich hab da nur so oft gefällt in den in den im Training man kann nämlich hier direkt drauf springen total lustig gemacht und hier eigentlich auch wenn man sich äh nicht so blöd anstellt wie ich dann funktioniert das alles ganz prima hier setzen wir jetzt einfach mal den Team Blast ein damit wir ihn auch mal wieder sehen war ja lang nicht da der liebe Herr Team Blast man hätte allerdings äh drei Wege wählen können hier an der Stelle ähm so willst du vielleicht kapieren danke da hätte ich glaube ich auch hochfliegen können aber gut man will ja nichts riskieren und los ähm da hätte man drei Wege wählen können wir haben jetzt den äh schönsten genommen genau das kann ich euch bei Gelegenheit dann mal wieder zeigen ich denke nicht dass wir das jetzt opala entschuldigung so hoch hier so ist das richtig und nochmal weil es gerade so schön war miau mit Sonic mit Knuckles hätte man das finde ich auch sehr blöd dass er in der Luft nicht wechseln kann ich meine es macht irgendwie Sinn aber es ist halt ärgerlich miau miau nee der braucht den brauchen wir hier so flup und das dann noch und wieder Sonic nee ich brauch Sonic miau 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 so ich möchte doch den Schlüssel haben so ist das schön so gefällt mir das so da geht's weiter wups lass uns nach oben gehen ja ist eine gute Idee da ist nämlich dann eh schon achso ja richtig das ist allerdings unser neuer bester Freund die Mörderwalze ähm sollte man aufpassen ist es ungesund da rein zu laufen haltet euch am besten wenn ihr Spiel selber spielt möglichst in der Mitte der Strecke ähm da gibt's nämlich dann immer so schöne Powerbooster die wir denn oh gut 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 pass auf jetzt kommen zwei ach ist das nicht schön wirklich ich äh muss lachen aber wisst ihr was es ist noch nicht genug jetzt sind's drei oh man alle haben's geschafft und äh das war's dann eh schon ups das war schlecht nee nee ich möchte da gerne mit Sonic rein das war sehr grandios Level 2 abgeschlossen kennt kennt ich auch schon hier Deutsch for the win ne kennt ich auch schon ja ja so Tails pff braucht keine Sau hier seht ihr mal Tails ist einfach unnötig was gibt's denn ein C ich bin mit einem C sehr zufrieden für dieses Spiel denn C heißt äh cool und cool ist besser als B weil B ist blöd und das macht Sinn und A ist ähm anal oh ich hab anal gesagt oh bitte Spezialebene Akt 1 ist eine Maragd-Herausforderung so jetzt können wir also einen Emerald holen das wird ziemlich einfach das ganze System denn wir werden dem Teil einfach so lange hinterherlaufen bis wir's dann haben das was vorher praktisch die äh Chaos gemacht haben macht jetzt der Emerald mit uns aber den ersten der ist ganz einfach den haben wir gleich seht ihr das na komm her jetzt so Hammer erster total einfach weil später kommen halt dann noch so ganze überall äh Stacheln und alles dazu und von der Seite extrem riesige Flugzeuge die mit Bomben werfen und was nicht alles und das wär ja schade so drei Ups gibt das Ganze das gefällt mir sehr gut und damit kommen wir dann auch schon in den Nummer 3 Nummer 3 dürfte das jetzt sein nein es gibt erstmal eine Cutscene es gibt keine epische Cutscene es gibt einen Boss und zwar muha spart euch die nutzlosen und ausreichenden bla 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 Doktor 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 Eggman nein Doktor Robotnik Entschuldigung oder auch Eggman so der Egghawk äh äh ja der hat kein direkt schweres System erstmal laufen wir schön weg sammeln wir schön Ringe die sind nämlich wichtig und dann geht's hier eh schon äh weiter der landet nämlich jetzt hier schön und fängt an sich im Kreis zu drehen und ihr habt dafür die Aufgabe solange diese Triebwerk hier erstmal kaputt zu machen einfach schön hier mit Leertaste spammen und so sind nämlich die da kaputt und dann könnt ihr hier so auf den Dingern rum rum werkeln ja einfach ein bisschen hier spammen hört man eh durch ne so das war jetzt schlecht jetzt äh gehen wir weiter da könnten wir sogar ein S kriegen wenn's blöd kommt wisst ihr warum nur ah Gott wenn ich nämlich jetzt hier keine Ringe verliere danke dafür Egghawk Dingsbums Gedöns als ob ich mich wirklich so blöd anstellen würden müsste tun so macht nichts ihr könnt den äh zerstören wie ihr wollt ich mach das immer gerne so Aua das tut doch weh die schießen auch da solltet ihr aufpassen da müsstet ihr am besten einfach Entschuldigung die kann man doch kaputt machen die Teile ich könnt auch mit dem mitfliegen ist auch ne nette Sache also es ist aber meistens schmerzhaft im überwiegenden Fall ich denke nicht dass ich das überlebe Ah, Woll. Hehe, vom Wegen. Ah, ah. Das wäre ja zu schön gewesen. So, aber das war's jetzt dann, bitte. Lande nochmal. Dass ich dir nicht den Rest geben kann hier. So, das war's. Ein Schlag war's. One-Hit. Das ist doch nicht das Ende. Oh gut, gut. Wir haben ein Flugzeug bekommen. Habt ihr gesehen? Dann brauchen wir das alte nicht mehr. Das hast du eh schon in den Wind gesetzt, Tails. Wir haben wirklich... Der wäre schön. Da holen wir uns auch so eine Kloppskugel und stecken die rein und dann... Oh, bitte. Das ist ein Baby. Schlecht. Macht nichts. Kann ich ja mit leben. So. Emblem Nummer 3. Emblem. Ehem, bleh, hehem. Nummero 3. Und dann gibt's die nächste Stage. Leider ohne Cutscene momentan. Aber das macht ja nichts. Ebene 3. Grand Metropolis. Rette die Stadt, die von Eggman kontrolliert wird. Wie rettet man eine Stadt? Ja, richtig. Man zerstört sie. Das ist ganz einfach. Man zerstört alles, was in der drin ist und rettet sie so. Klar, das macht ja Sinn, ne? Ähm. Hm, 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 hm. Aber wir werden jetzt mal hier ganz kurz eine Pause machen, weil ich aufs Klo müsste. Das kündige ich ganz an, weil ich bin ja voll dabei mit euch und ich mag euch ja so und alles. Also, tue ich wirklich, aber so solche Informationen bräuchte ich hier theoretisch nicht. Nur um das mal nebenan zu werfen. Ähm, naja. Ähm. Hm. Ja, es lädt, ne? Das ist schön. Es sieht aus, wie Eggman hat in die Stadt. Eggman und Roboter nehmen die Kontrolle von allem. Let's find Eggman und show us the real power in B-Wort. Ja. Genau, das rote Zeug da an den Seiten, das ist Energie. Wir werden jetzt aber dann kurz mal eine Pause machen. Ähm, ich stoppe hier mal ganz kurz die Aufnahmen. Wir sehen uns gleich wieder bis denne. So, gut, ich bin wieder da. Äh, jetzt geht's also weiter hier in Energy Plants. Hier werden wir eventuell mal sterben, weil die Stage ist nicht direkt schwer, sondern, sie ist, äh, ne, sie ist eigentlich nicht schwer, sie ist eigentlich anders. Huuuuh, äh, na, großes Kino. So, da fliegen wir aber hoch, das Ding möchte ich doch haben. Level up, habt ihr gehört. So, eins, zwei, drei, vier, fail. Macht nix, geht auch so. Das ist auch sehr interessant, dann machen wir jetzt den hier. Äh, geht auch mit Knuckles viel besser, aber so müssen wir nicht auf Knuckles wechseln. So geht's mit Sonic auch. Und, den machen wir einfach kaputt gehen. Hier hat den man, warte mal, da möchte ich, äh, konnten. Ja, ich möchte den mal drücken. X-Button, äh, du? Nein, 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 nein. Ah ja, so, Türe auf. Was, ja, hallo? Ich glaube, hier muss man damit Chaotix hin, oder so. Hat er nicht was? Na, egal. Ähm. So, und, äh, ja. Gehen wir weiter. Nya, 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 nya. Ups, da ist ein, ah, da ist ein Schlüssel. Sehr schön. Tip, tip, tup. So. Ja, hey. Aber wir haben noch kein Team, da ist sonst, hätte ich den jetzt eingesetzt, hätte. Macht ja nichts. Wir fliegen einfach mal, ist doch viel schöner. Level Up. Wuhu. Der war Pro. So. Jetzt haben wir, äh, den Team Dust. Und nya, nya, nya. Klops, die Dops. Jetzt wird's interessant, denn jetzt müssen wir immer die Gegner besiegen. Um hier durchzukommen. Hm, schön, ja. Da, das ist also Energie. Seht ihr, keine Lava, nicht sowas wie Minecraft, das ist Energie. Sieht echt geil aus, muss man an der Stelle mal sagen. So, und drei. Und da ist ein rotes Gitter. Nice, wirklich grandios, Sonic. Wirklich, sehr schön. Das war, habt ihr gesehen, was für ein Über-Pro-Skill-Champ das war? Ich wollte dann nämlich eigentlich das hier machen. Pass auf, ich kann das rückwärts, kann ich das ja. Hier, seht ihr, warte, pass auf, das kriegen wir hin. Hier, das wollte ich machen. Nur halt vorwärts rum, es wäre elegant gewesen und alles, aber irgendwie wollte der nicht so. Naja. Ah, schön. Grandios. Das ist das Beste vom Besten. Ich bin echt zu doof dafür. Wahnsinn. Naja, gut. Macht ja nichts. Also, ich zeige es euch nochmal. Hier, den da. Ganz kurzen Cut. So. Oh. Ja, ja, die lieben Eltern. Ähm, so. Äh, da, 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 da. Wir gehen jetzt, äh, hier. Nein. Nein, nein, wir müssen da doch hindrücken. So, nämlich. So. Äh, so. Und dann den hier. So, jetzt habe ich es auch mal hinbekommen. Einfach hier entlang und dann hier und dann da und dann fail. Ich will das nicht. Ich möchte da hoch. Und ich möchte auch dort hoch. Seht ihr den? Der war nicht, der war schlecht. Ups. Die Dinger aktivieren sich allerdings nun selbst und dann gehen wir hier mal weiter, denn wir haben ja schon viel Zeitvertrücken. So, so. Und so. Und so. Und so. Zack. Das mit den Ringlinien sollte man immer im Hinterkopf behalten. Das kann nämlich... Jetzt mal bitte hier. Ja, 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 ja. Bum, 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 bum. So, die mit dem Schild sind nämlich gefährlich für Sonic. Die haben dann eine Lanze und dann kriegt Sonic... Sonic kriegt dann meistens auf den Maul. Und das wäre ja schlecht, weil das brauchen wir nicht. Hier kommt also jetzt als erstes wirklich unser Spin-Dash-Dingens zum Nutzen. Wir müssen also hier uns hin. Seht ihr? Und dann... Den eigentlich nicht, aber gut, das geht jetzt auch. Machen wir mal so. Und dann machen wir den so. Und dann... Oh, oh, grandios wieder. Habt ihr gesehen? Der war... Ah, der war so gut. Der war so... Ah, der war so... Obermäßig gut. Oh, ist das peinlich, wirklich. Also solche, solche, solche Abkürzungen sollte man halt einfach nehmen können. Nicht immer so lange drauf bleib. Ich bleib dann mal auf dem Teil drauf, auf der Taste. Und das sollte der nicht. Ihr dürft ihr nur kurz antippen. Dann funktioniert das einwandfrei. So. Und... Und nach oben. Jawohl, jawohl.